Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Heute von mir ein Video zu der Frage, kann man Steinpilze züchten? Auch wenn Steinpilze zu den wohl beliebtesten Speisepilzen zählen, muss ich euch leider sagen, die kann man nicht züchten. Steinpilze gehen genauso wie Pfifferlinge mit ihren Baumbreiten an eine Symbiose ein und bisher ist es nicht gelungen, die künstlich nachzubilden. Falls jemand einen Weg kennt, um Steinpilze zu züchten, schreibt es gerne in die Kommentare, ich freue mich drüber und viele andere bestimmt auch. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du mehr über die Pilzzucht erfahren willst, schau auf meiner Webseite von Gino.de vorbei oder abonniere meinen Kanal, am besten beides. Ich würde mich freuen, ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video, bis bald.